Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die Ikea Pax Schublade einbaut und somit natürlich auch die Kompliment Schubladen richtig an einen Pax Schrank montieren kann. Wenn du bauchst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Aufbau mal bei dem großen Schubladenkorpus, doch natürlich funktioniert es bei anderen Varianten bzw. Größen relativ ähnlich. Und zuerst einmal sollten wir uns am besten alles ordentlich auf den Boden auspacken, dass wir auch einen schönen Überblick haben. Danach benötigen wir mal insgesamt vier solche Schraubdübel und wir können auch schon unser großes Brett auf den Boden legen, wo insgesamt sechs Löcher vorhanden sind. Bedeutet die vier Schraubdübel, die kommen in unsere beiden äußeren kleinen Löcher rein und entweder wir verwenden einen normalen Schraubendreher oder was ich recht gerne mache, einen Akkuschrauber, den ich auf die Drehmomentstufe 5 stelle, dass meine Schrauben alle gleichmäßig stark angezogen sind. Danach brauchen wir noch diese beiden Holzzübel, die ich jetzt mit einem ganz einfachen Hammer auch schon in die Löcher in der Mitte hinein klopfen kann. Vom Geräusch her kennt man relativ gut, wann diese wirklich ganz drinnen sind und ich verwende bewusst keinen Holzleim, da ich nämlich meine Schublade jederzeit wieder auseinander bauen können möchte. Falls du dort zum Holzleim verwenden willst, dann einfach hier vorne bei dem Holzzübel einen kleinen Klecks drauf geben. Im nächsten Schritt benötigen wir auch schon unseren großen Boden und der hat hier unten nochmal so eine kleine Einkerbung. Da müssen wir jetzt schauen, dass diese Einkerbung auch in die Einkerbung von dem Brett von gerade eben hinein passt. Hier vergebe ich das Ganze erst einmal gerade drauf, schaue, dass auch hier vorne und vor allem auch hier hinten der Abstand in etwa gleich ist. Bei mir sollte es passen und dann geht es darum, dass wir das Ganze mal leicht nach vorne überkippen und dann wieder schön gerade aufstellen. Sobald das passt, benötige ich noch meine beiden Seitenteile, die haben hier unten zwei große Löcher und hier außen nochmal so eine Einkerbung. Da ist einfach nur wichtig, dass die Einkerbung jetzt natürlich auch auf unserem Boden hier hinten schön drauf passt und dann das Ganze einfach mal hier unten noch in unsere entsprechenden Sporungen bzw. Löcher hineingeben. Das selbe Spiel machen wir natürlich auf unserer anderen Seite noch genauso und wir benötigen mal insgesamt unsere vier Möbelverbinder. Diese haben hier unten so einen kleinen Pfeil und der kleine Pfeil, der muss jetzt auch unbedingt Richtung unserer Schraubendurchführung schauen. Bedeutet, ich gebe diesen einfach mal hier hinten jetzt richtig rum hinein, drücke ihn rein und danach brauche ich auch noch einen passenden Schraubendreher. In meinem Fall ist das ein Schlitzschraubendreher, den ich mal hier hineingebe und circa eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn festdrehe. Auch die Seitenteile passen, weswegen ich jetzt mal meine Rückwand mit der Einkerbung natürlich wieder auf unseren Boden hier hinten drauf gebe. Und das Ganze wird jetzt anschließend noch mit zwei solchen Plastikschlagdübeln, nämlich von hier außen und natürlich auch von der anderen Seite befestigt. Die Schublade ist aufgebaut und wir können jetzt auch schon mit zwei solchen dicken Schrauben mal unsere Schiene richtig am Schrank befestigen. Hierbei muss man nur darauf achten, dass wir eine Schiene mit einem L haben, was natürlich für die linke Seite steht und eine Schiene, wo ein R drauf ist, was dann für die andere Seite gedacht ist. Normalerweise muss man auch hier oben diese zwei großen Löcher zum Befestigen verwenden. Und falls du jetzt zum Beispiel nur einen Schrankkorpus ohne Türen hast, beziehungsweise auch einen Schrank mit solchen Schwebetüren zum Aufschieben, dann sollten wir das Ganze mal so hinhalten, dass auf jeden Fall diese Schrauben in unser zweites Loch von unten hineinkommen. Bei mir ist das leider nicht der Fall, da ich nämlich hier eine Tür eingebaut habe und das Scharnier danach natürlich bei den Schubladen stören würde. Da müssen wir einfach mal von unten abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dieses siebte Loch können wir dann auch schon zum Befestigen verwenden. Wenn du natürlich das Ganze auch irgendwie höher haben möchtest, dann ist das Ganze dir auch frei überlassen. Beim Einhängen der Schublade muss ich nur darauf achten, dass sich hier hinten auf beiden Seiten jeweils eine so eine kleine Bohrung befindet und dass wir am besten mal diese Schienen auch ganz herausziehen müssen. Die Bohrungen, die müssen jetzt nämlich anschließend bei den Haken hier hinten rein. Bedeutet, ich nehme einfach mal meine Schublade, schaue, dass ich diese auch schon etwas schräg von oben auf die Schienen draufgebe und ich halte dann gerne immer die Schiene einfach hier vorne etwas fest, schaue, dass die Bohrung hinten auch richtig reinspringt und dasselbe Spiel kann ich auf der anderen Seite dann nämlich genauso machen. Vorne heben wir die Schublade noch etwas an und können jetzt auch dieses Metallblättchen einmal so draufgeben, dass es natürlich auch bei den beiden Löchern hier oben noch übereinstimmt. Dann lasse ich die Schublade auch mal nach unten blumpsen und wir benötigen dann auch noch dieses kleine Plastikbauteil, was ich jetzt auch hier hinten schon in meine entsprechende Bohrung mal rein drücken kann und ganz einfach nach vorne drehe, dass es nicht stört und meine Schublade hier vorne auch nicht mehr raushüpfen kann. Auf der anderen Seite mache ich natürlich dasselbe Spiel auch und wir haben unsere Ikea Kompliment Schublade auch schon richtig eingebaut. Wenn du dir für zuhause auch einen hochwertigen Akkuschrauber oder natürlich auch solche Schubladen in den verschiedensten Varianten bzw. Größen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.